Musik Ja, auch wenn man das vielleicht erst mal gar nicht vermuten würde oder wenn das irgendwie unglaubwürdig oder kokett klingt, ich denke tatsächlich überhaupt nicht karrieristisch. Also das ist manchmal auch richtig ein Problem, wenn ich dann so Drehbücher kriege, wo alle sagen, nee, warum machst du denn das? Und so, ich gehe ganz viel so über die Spiellust und wenn ich Lust auf was habe, dann tue ich mich immer schwer zu sagen, ja, aber es ist jetzt vielleicht aus Karrieregründen nicht so gut, einen Tatort zu drehen oder gerade den Tatort mit nicht so einem guten Drehbuch zu drehen. Aber ich bewundere immer alle Schauspieler, die sagen, die machen dann alle drei Jahre mal einen Film. Ich frage mich immer, was machen die den Rest der Zeit? Ich will ja arbeiten oder spielen. Und ich meine, wenn du das sagst, dass ich ein variabler Schauspieler bin, dann freue ich mich darüber, weil manchmal habe ich ein bisschen die Angst, dass es genau nicht so ist. Also, dass ich so ein bisschen auch gerade beim Film auf so einen Typ festgelegt werde und immer das Gefühl habe, ja, ich habe aber, meine Möglichkeiten sind noch viel größer und ich würde dann auch gerne viel extremer in alle möglichen Richtungen mich ausprobieren.